Wir spielen heute ODEAR und wir spielen mit Leon, mit Chiara, mit Baso und mit Smash Lunatic und das ist quasi so ein bisschen wie Among Us, nur dass wir Rehe sind und dass es einen Jäger gibt. Und die Rehe müssen sich wie normale Rehe verhalten und nicht als Spieler auffliegen und wenn man auffliegt als Spieler, wird man vom Jäger getötet. Tötet der Jäger alle Rehe, hat er gewonnen und so, das ist schon das Spielprinzip für heute. Hallo Tim, hallo hallo. Ey Franzi, was geht? Du siehst richtig nice aus, richtig fresh, ey. Hallo Tim, hallo Franzi. Wie geht's, wie geht's, wie geht's, wie geht's, wie geht's. Hi Leon. Hallo Leon. Hallo Linda. Hallo. Schön, dass wir uns hier versammelt haben. Hat jemand von euch das Spiel schon mal gespielt? Nein. Nein. Perfekt. Ich habe nur Leute eingeladen, die das noch nie gespielt haben. Ich liebe eine Lobby, wo alle das noch nicht gespielt haben. Ja. So wie ich es verstanden habe, es gibt vier Hörsche und einen Jäger. Hörsche? Hörsche. Hörsche. Also der Jäger ist halt ein Random, oder was? Nein. Also einer von uns wird's Random. Wir spielen heute Mongas, Franzi, quasi. Genau, wir spielen quasi Mongas auch nicht hörschen. Um das Spiel noch mal besser zu erklären, ist es jetzt nicht zwangsmäßig wie Mongas. Es ist natürlich ein Social Deduction Game, aber eigentlich soll man als normales Riechen verschwinden quasi. Also musst du dich wie ein NPC verhalten. Das kann Chiara zum Beispiel sehr gut. Deswegen glaube ich, wirst du hier tatsächlich ab die Wand. Danke. Okay. Fühle ich mich besser. Das war so ein Backhanded-Kompliment, glaube ich, oder? Was? Runde eins. Ähm, viel Spaß. Bonjour, Hunter. Ich bin One-House gespawnt. Okay, ich habe einen Fein und ich habe einen Stuhl, den ich werfen kann. Ich werfe, weil ich mit Stühlen habe. So, du hast oben auch eine Sanity, ne? Wenn du die verlierst, dann wird es dunkel für dich. Ja. Bist du ein Hirsch hier im Gebüsch, hä? Nag du nur weiter an deinem Kras. Also es gibt so ein Ding, wenn deine Sanity weggeht, dass du in den Nachtmodus gehst. Wer, was war das? Ist jemand in der Falle gelaufen? Hallo, kleiner Hirsch, da hat dich jemand verletzt. Oh, bist du ein verletzlicher Kleiner? Wer war da jetzt hinten? Ah, Linda. Oh mein Gott, hört auf, Geräusche zu machen. Was ist das denn jetzt? Oh, das ist das. Wer steht da? Wer steht da? Komm her, du Christ. Ah, ich bin in der Falle gelaufen. Lass. Hä? Ich glaube, ich bin gestorben. Hä, ich habe irgendwie Männchen gemacht, aber ich check gar nicht, warum. Ihr mit hier, äh. Da ist jemand gepupst. Wie kann man denn essen? Na mit E. Bist du ein Hirsch? Du bist ein kleiner Imposter, oder? Ja, du musst ganz schön viel essen, hast ganz schön Hunger. Hast ganz schön Hunger, ne? Oh mein Gott, das ist doch so. Nein, Linda. Du hättest das nicht tun müssen. Hä, du hast alle getötet? Runde zwei. Ja, da. Wie glitz ist der Hunter? Release the Hunters. Und der Sanity. Oh, komm mal da. Du kriegst Schaden, wenn du falsche tötest, ne? Ich fände mich nicht klarer. Was hast du denn? Das ist eine Kamera, die du platziert hast. Sonst gibt es gar keine Fallen. Irgendwer ist doch hier gerannt. Noch wenig Sanity. Ah. Oh ja, hol dir mal den Hörster. Ich verstehe, ich muss was essen. Kiara! Das war überrandom, Alter. Okay, ich muss was essen, damit ich nicht auffällig werde. Ich glaube, wenn ich ganz lange nichts esse, dann steht mein Reh irgendwie auf. Ich bin schon fast verrückt jetzt. Kiara, deine Sanity. Also Linda macht das hier echt. Kiara ist crazy. Nee! Oh, das war aber knapp, du. Du hast es nicht, dass ich das fände. Das ist so random. Das erinnert mich so an TTT, dieses. Oh, das ist so random. Runde drei. Oh, da war's. Leute! Runde vier. Aber deine Sanity ist echt am Boden. Ja. Oh, jetzt sehen wir den Nachtmodus bestimmt. Oh! Lol, jetzt werden die Rehe zu Monstern. Oh, oh. Oh Gott. Oh, zieh. Willst du mal ein Stück von mir? Ist das geil! Also müssen die Rehe als Monster dann jagen und der Jäger muss entkommen. Runde fünf. Oh, Tim Holt. Oh, das wird eine kurze Runde, Leute. Oh, Tim Holt. Na, der bereit. Kommt hier wieder der Killer-Instinkt durch. Ah, du musst dir nicht langsam was essen. Ich hasse, dass man als Rehe auch andere Leute hört. Ach so, die Schritte, oder was? Ja, ich höre immer in den Rehen. Das macht mich wahnsinnig. Timmy. Oh, oh. Du hast ganz schön wenig Sanity. Oh, oh. Du wirst nicht langsam crazy? I was crazy once. Crazy? I was crazy once. In a rubber room with Dears. Oh, oh. Die ist krass. And Dears make me... Hilfe! Crazy? Oh, oh. Tim was crazy. Scheiße, hast man nicht. Ah, viele leben noch. Alter, oh, oh. Alle, okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was machen die so für Geräusche, diese Tiere? Ich werde geblockt von dem Dirt. Nee, das ist alles auf der anderen Seite, Tim. Was? Nein! Wie du vor der Hütte standest und nicht reinkamst. Runde 6. Oh, neue Map. Die ist aber richtig klein, oder? Hier ist ja gar keine Hütte. Keine Hütte. Es wird immer die Hütte genommen, die am weitesten entfernt ist, glaube ich. Ah, hier ist eine Hütte. Okay, jetzt kommt meine Hunter-Runde. Leute, Leute, Leute. Ich weiß, dass du es bist. Und du weißt, dass ich es weiß, dass du es bist. Scheiße. Ich schob's nicht, wenn ich dich sehe. Ah! Ich konnte nichts mehr machen. Hat man eigentlich, wenn der Bauch knurrt? Ja. Okay, scheiße. Tim spielt einfach den O-Klaro. Okay, ich weiß, was die Hand der Meta ist, auf jeden Fall. Immerhin ein kleines Rudel beobachten. Weil die müssen ja irgendwann essen. Rudel. Die müssen irgendwann essen, ja. Ha! Weil die Sanity geht ja sonst echt super langsam runter. Ah, scheiße. Man kann sich echt Zeit lassen. Ah, ja! Oh, toll! Juppie! Runde 7. Was machen die da? Was machen die da? Oh, Mann. Was machen die da? Oh, scheiße. Das ist aber echt, ich finde es auch so schwer, ne? Du Halt! Was hat die Verlaten? Was hat die Verlaten? Was hat die Verlaten? Ich glaube, sie hat dich getötet, weil sie mich essen gehört hat. Das kann sein. Das kann sein. Sorry. Hallo, возможность! Franzi, spürst du schon deine Sanity runtergehen? Einer von den beiden. Oh, der nicht. Ok, scheiße. Nein! Oh mein Gott! Direkt. Was? Was macht das Pupsen eigentlich? Das w serie matNY. So n Raketenstart. Lol? Ich muss sowas essen. In der Mitte sind ein paar Kameras. Das klappt. Ja, unterschätzt das mal nicht. Wer von euch dreien hat hier gehabt? Einer von euch dreien würde gleich essen müssen. Einer von euch dreien. Einer von euch dreien. Yara, du isst für alle Pilze weg! Raub jetzt! Ich werde richtig sauer. Oh oh, musst du essen. Einer von euch hier. Einer von euch vier. Guck ich mir um? Oh, ich hab kein Aim. Du drehst ihn nicht. Einer von euch. Egal wer. Egal wer. Wer? Nein! Wo ist hin? Lol. Wie hast du das geschafft, Linda? Was? Was? Okay, das war krass. Ich bin der Hirsch, ich bin der Hirsch. Bist du das? Du bist einfach Bambi. Ey, das war das krasseste Play des Abends bisher. Linda, du kannst das schaffen, du tötest ihn gleich. Du bist gar nicht. Ich finde es nicht! Ich finde es nicht! Ich finde es nicht! Ich finde es nicht! Ah! Ah! Rund 9. Achtung fellow Hirsche, hier sind überall Bärenfallen. Ich kann ja auch reinlaufen, ne? Ich muss auch aufpassen. Und du musst auch aufpassen. Oh, ich bin reingelaufen. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Okay. Ah! Nein! 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 Was ist da passiert gerade? Aha! Aha! Na man! Aha! Dodge! Links, rechts! Strafen! Strafe! Ja! Du machst es super! Die kommt nicht hoch! Ich bin abgerutscht! Aber ich sehe dich noch! Renn weiter! Ach, Mist! Warum ist da so ein Hirsch im Busch? Irgendwann mal musst du essen! Es! Du kannst dich nicht länger... Es ist krass, wie lange dein Hunger hält. Du bist doch... Uh! Das dachte ich mir auch gerade. Löff dir hier in eine Falle rein, keine Sorge. Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein. Tim, du bist einfach der Pupsmann. Deine Püpse bringen dich immer weg. Danke! Bin nur noch ich am Leben, oder was? Du bist alleine, oder? Ja, ja. Ach so. Du carryst das Rudel. Die Schule. So ein Mist! Der Schwarm. Okay, er isst fleißig. Er isst fleißig. Er isst vor, für den Winter. Ja! Er hat sich schon in die Hütte gelegt, Kiara. Ah, ja. Zwei Hütten. Ist das krass. Das ist gut, dein Hunger hält länger als ihre Sanity noch. Du musst nicht mehr essen. Ich töte sie jetzt. Nein! Doch, doch, doch! Ja, 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 schön! Was? Woha... Woha... Hohh... Oh lol... Nein! Wuhuuu... 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 Oh, na toll... Ich spawn je in einer Bärenfalle, oder? Sie spawnen übrigens immer an der gleichen Hütte, wo wir auch gespannen haben. Ja, er ist in der Bärenfalle gespawnt. Nein. Fotimo, bist du Arsch, ey. Du bist ja richtig frech. Hilfe! Das ist so frech, was du hier veranstaltest. Nein! Ich bin in den Bärenfall getreten. Ihr schafft das, ihr schafft das. Nein! Ich habe keinen Aim. Als ob er noch lebt? Mann, Leon, bleib stehen! Lass reden, lass reden, lass reden. Lass über Rehlinge reden. Ach, du bist ein Hund. Ich muss erst... Es bleibt aber stehen! Was machst du denn da? Ich kann nicht drücken! Leon! Bin ich ich? Was? Weil du dich... Was? Weil sie sich hochbewegt hat mit ihrem Oberkörper, hat sie den Pfeil gedodged. Mann, Chiari, jetzt auf. Ich habe genug. Ich habe genug. Ach, ich muss das sagen. Also, dass das mich getroffen hat... Du hast sie noch. Doch, ich bin tot! Hä? Ja, ja. Was mache ich? Aber das Manu lebt halt noch. Ach so. Hallo! Hä? Aber das ist ja eine sehr interessante Hitbox teilweise. Runde Ölderf. Ah! Boah! Opfer dich fürs Team! Warum immer ich? Hallo, Timmy! Komm mal her! Ach, come on, ey. Ja, also dieser Im-Chaser zu treffen, ist echt gut. Oh! Franzi, deine Zeit läuft ab. Deine Zeit läuft ab, scheiße. Du bist du zum Gejagten. Ich finde es auch übel schwer, als hat er... Keine Ahnung. Ne, keine Ahnung. Also, eigentlich... Äh, Ripp? Here we come! Muss ich hin? Da! Oh Gott, die Hütte ist direkt bei Oden. Oh nein! Lauf, Franzi! Ich kann es nicht immer noch gelaufen. Sie schafft es, sie schafft es, was? Nein, ich bin in der Bärenpfalde. Nein, ich bin in der Bärenpfalde. Das ist ja cool. Ich bin in der Bärenpfalde, das ist ja cool. Runde 12. Äh, von der Nehmich dran ist es oder? Piep, 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 piep. Hat mich echt? Piep, 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 piep. Einer von euch vieren. Aufschlusskriterium. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene meck und du bist weg. Mkeck. Leon, du hast nur noch 50 Prozent. Warte mal, wer ist noch am Leben? Ich brauch mal kurz ein Deer-Check hier. Hallo, ich. Franzi, nur noch für hier? Du, 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 du. Ja, lauf, lauf. Hab ich nicht? Oh, lol. Du bist, du, du machst das, Tim. Du machst das. Dein großer Magenknurr, du hast Diät. Willst nicht mal leckere Bissen von dem Pilz nehmen? Oh, du, oh, was ist denn hier los? Was ist denn mit Leon los? Er dreht komplett durch einfach. Ich hab das Gefühl, bei Tim ist der Hunger irgendwie richtig langsam. Ich bin halt Maschine. Ich würde das auch langsamer machen. Versuchst dich da wegzusneaken, rechts, ne? Versuchst dich da wegzusneaken. Ah, je weniger Leute leben, ne? Oh. Ja, maybe. Ach, das würde auf jeden Fall nicht. Oh. Oh, Timmy. Stell dich toll. Esst alle Pilze. Timmy. Ich glaube. Oh. Runde 13. Timmy, ich bin neben dir. Ich meine den anderen. Uh. Ähm. Was? Ich bin neben dir. Nein. Mehr von euch wird er erschossen und es wird die halbe mitgeflogen. Tim goes insane. Oh, zu früh gepupst, glaube ich. Ja, Franzi, das ist gut fertig. Er hilft nur an. Er zieht nur nicht. Er schießt nicht. Warte. Oh, it's up. Oh, Vorsicht. Oh, Tim. Oh, jetzt dreht er wirklich durch. Ach, Alter. Ach, Alter. Alter, war das knapp. Runde 13. Oh. Hallo. Hör mal, bitte stehen. Ich hab da eine Frage. Alter. Alter. Alter, hab ich schon mal abgeschmiert. Alter, hab ich schon mal abgeschmiert. Alter. Alter. Alter, hab ich schon mal abgeschmiert. Alter, hab ich schon mal abgeschmiert. Alter. O mein Gott. Oh mein Gott. Ich seh gar nichts. Ich seh gar nichts. Ich seh gar nichts. Sie schafft es. Ich bin so schlecht im Laufen. Ich hab's geschafft. Runde 15. Wie bin ich denn rauskatapultiert? Was ist damit passiert? Warum sind die eigentlich keine Töster? Scheiße. Das ist ja schon mal gut. Das ist tot mein. Unser viertbester Hirsch im Schall. Warte, warte. Wieso du der vierbeste? Kann ich die stapeln? Warte. Oh, ich muss auch noch auf der anderen Seite. Ah ja, ja, ja. Ist das irgendwas? Jetzt muss ich mal jemanden finden. Jetzt muss ich... Ja, finde mal wen. Oh mein Gott. Wer lebt noch alles so? Wie geht das so? Wie funktioniert das eigentlich? Das kann nicht wahr sein. Lecker Pilz. Ja, Mann! Man! Oh mein Gott. Ich hab Angst, dass ich andere Tiere erwische, die nicht Menschen sind. Oh mein Gott. Ah, ich muss irgendwas machen. Oh shit! Oh oh! Oh oh! Oh! BAM! Oh, aber fast in die Hütte wurde ich reingeboxt. Runde 16. Landminen? Okay, das ist geil. Was soll das bedeuten? Ah, ihr Junge ist immer noch instant tot, oder? Wenn man rein war. Stimmt. Probier's mal aus. Watch your step, Linda. Oh! Äh. Was war das? Ah, die haben so'n... So'n Proximity-Sensor. Oh, lol. Jetzt auf die Landmine. Da war die Landmine! Du bist nicht! Lars, und so siehst du die echt schlecht ohne den Radar. Ja. Pass auf, ich strampel auch gleich in einen rein. Also macht euch nix. Naja, deswegen. Ne, könnte mir niemals passieren. Also man hat ja so'n Radar. Ich seh Tim gleich schon sowas von der Düssel-Landmine. Ja, die Leute können mit Absicht in eine rein. Pass auf. Für Content. Ne, ne, ne. So was gibt's von mir nicht. Ne, 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 ne. Ich try harder. Oh mein Gott, ich bin in eine Landmine reingelaufen, Leute. Nein, das ist genau... Ich bin in eine Landmine. Du kleiner, du kleiner... Oh mein Gott. Ich hab sie nicht gesehen. Ich hab sie nicht gesehen. Boah, die Musik ist aber jetzt auch ein bisschen wild. Ja, ne? Die wird auch immer verrückter. Ah! Oh, ich hab grad nicht hingeguckt! Ich hab grad nicht hingeguckt! Nein! Nein! Yeah! Oh, du stehst ja genau da. Das ist ja so. Nein! Was ist das? Ey, die hat das Ingengengengenau so geschreit... Die sind dann echt... Ist das krass? Ist das krass? Eckige 17. Oh, da knurlt ein Magen. Das ist mal mein... Ähm... Ah! Yes! Let's go! Oh mein Gott! Wer würde denn in eine Landmine? Die sieht man doch! Mission accomplished! Die sieht man doch die Landmine! Das war scheiße! Eine Runde... Mach mal bitte nochmal so eine Pfeifertrunde. Okay. So eine richtig gute. Lass uns mal alle überleben. Hä? Nein! 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 Oh, Gott sei Dank! Ich sehe nur Tim an der Küste entlanglaufen und jeden Pist. Hallo! Verrat doch nicht meine Location, ey! Location! Location! Äh, wo ist er hin? Ach, Chiara, das war doch schon wieder so random! Ja, das stimmt! Chiara! Geh weiter, Chiara! Das ist ganz normal! Nein! Leon! Trau ich mich? Ah, ja! Ja, Baby! Ja, Pippo! Oh, mein Gott! Oh, Gigi! Das hat super Bock gemacht heute! Danke, dass ihr dabei wart, ey! Have a great night! Tschüss! Bye-bye! Tschüss! Bye-bye! Bye-bye! Ist das geil!